Hallo ihr Lieben, dieses Mal melde ich mich nur kurz zu Wort und nicht in so einer aufwendigen Ankündigung wie beim letzten Mal. Wir hatten am Freitag den 19.02. einen wundervollen Bloodborne-Stream auf Twitch. Dafür möchte ich nochmal ganz herzlich bedanken, das war echt ein ganz toller Stream. Es hat auch irgendwie einfach alles gepasst, es waren die richtigen Leute da, das Spiel hat sich sehr, sehr gnädig gezeigt. Ich habe sehr gut gespielt, überraschend, bin bei Bossen nicht gestorben, bei denen ich mit Toden gerechnet hatte, die fest eingeplant waren. Das war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz tolles Ding. So toll, dass wir weitermachen werden. Wir werden den Stream fortsetzen und Bloodborne zusammen fertig spielen. Und genau aus diesem Grund mache ich dieses Video, denn der nächste Stream ist schon fertig geplant und findet am 05.03.2021. um 18 Uhr auf twitch.tv slash dreamcatcherlps statt. Nochmal zusammengefasst, 05.03.2021, 18 Uhr auf twitch.tv slash dreamcatcherlps Bloodborne-Stream. Ich hoffe, die Leute vom letzten Mal sind wieder dabei, vielleicht können wir ja noch ein paar Leute mehr anlocken. Ich stehe auch tatsächlich kurz vor den Bedingungen für meinen Affiliate. Das heißt, dann bin ich quasi, also kann ich ins Affiliate-Programm von Twitch reingehen. Vielleicht schaffen wir das ja auch zusammen. Wäre auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Und ich freue mich. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao. Macht's gut.